Die 80. Auktion von Hermann Historica im November 2019 wird zugleich die erste Auktion an unserem neuen Firmensitz in Grasbrunn sein. Neue Räume, größere Räume, Licht durchflutet, professionell gestaltet, wird uns erlauben über 9.000 Objekte in dieser großen Auktion zu präsentieren, die in über 12 Katalogen an elf Tagen zum Verkauf kommen. Dabei sind selbstverständlich die traditionellen Kataloge von alten Waffen über Schusswaffen, Vegetarier und Zeitgeschichte. Besonders erwähnenswert dabei eine französische Sammlung aus dem Süden Frankreichs, entsprechend der klassischen Wunderkammer des 16. Jahrhunderts, in der sich Objekte wie Emiles aus Limoges, Rüstungen aus Persien, Waffen aus Deutschland und Frankreich finden. Erwähnenswert ist die Sammlung an Tsubas aus Japan, eine ganze Reihe besonders hochwertiger und kunstvoll ausgeführter japanischer Schwertteile. Erstmals die Auskoppelung eines Katalogs zum Thema Kunst und Antiquitäten, in dem sich hochwertige kunsthandwerkliche Objekte des 16., 17., 18. Jahrhunderts befinden. Darunter Steinköpfe von Gottheiten aus dem asiatischen Raum, Marmorbüsten aus Rom und vieles andere, das sie in unseren bisherigen Katalogen in dieser besonders hochwertigen Qualität nicht gefunden haben. Zu meiner Rechten eine besonders erwähnenswerte Gruppe von 32 Langwaffen aus der Sammlung des Königshauses von Hannover, während sich zu meiner Linken eines der Kabinette aus Antwerpen befindet, das sie in unserem neuen Katalog Kunst und Antiquitäten finden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!